Königin. Sie hat all das, was ich eben beschrieb, schon durch Shannon Miller steht mittendrin. Sportlerin des Jahres vor erfolgreichen Leichtathletinnen wie... Aber achten wir erst mal auf die Übung, Moment. Da, jetzt ist sie über die Schwierigkeiten weg mit dem Flickflackviertel Drehung. Ja, sie ist nicht weg mit dem Flickflack. Vielleicht mehr der Teenagertyp vergangener Jahre, wenn nicht anders, stellt sie sich auch körperlich vor in diesem Jahr. Im Vorjahr Weltmeisterin am Balken und sie powert weiter mit ihren Schwierigkeiten. Steckt unwahrscheinlich was weg, eben dieser Schlag mit dem Schienbein. Der war nicht so geplant. Tja, die erste US... US... Vielen Dank.